Auf besserer Wogenfährte soll die Segel nunmehr das Schifflein meines Geistes heben, das kaum entfloh in solchem Grausenmeere. Und singen will ich von dem zweiten Reiche, in welchem sich der Menschengeister läutern und für des Himmels Höhen würdig werden. Ihr soll die tote Dichtung neu erstehen, O heilige Musen, die ich euch gehöre, Ihr soll Calliope ein wenig steigen. Ich will mein Lied in jenem Tone singen, der einst die armen Elstern so geschlagen, dass ich niemals Vergebung hoffen konnte. Des Ostens milde, safirblaue Farbe, die wiederstrahlte in dem heitern Bilde der reinen Luft bis zu dem ersten Kreise, bereitet meinen Augen wieder Freude, sobald ich jene tote Luft verlassen, die mir die Augen und das Herz betrübte. Der schöne Stern, der uns zum Lieben mahne, der füllt den Osten ganz mit seinem Lächeln und hüllt die Fische ein, die bei ihm waren. Ich wandte mich nach rechts, um zu betrachten den anderen Pol und sah ein Viergestirne, das vor mir nur die ersten Menschen sahen. Der Himmel schien sich ihres Lichts zu freuen. Oh, du verlassenes, nördliches Gefilde, du musst den Anblick dieser Sterne missen. Als ich mich dann von ihrem Bilde trennte, ein wenig nach dem anderen Pol gewendet, wo schon der Wagen meinen Blick entschwunden, da sah ich einsam einen Kreis erscheinen, der wehrt, mit solcher Ehrfurcht anzuschauen, wie jeder Sohn sie seinem Vater schuldet. Lang war sein Bart mit weißem Haar durchzogen, es glich dem weißen Haare seines Hauptes und floß im Doppelstreif zur Brust hernieder. Die Strahlen jenes heiligen Viergestirnes schmückten sein Antlitz so mit ihrem Lichte, als ob er in der hellen Sonne stünde. Wer seid ihr, die dem blinden Fluß zum Trotze entflohen aus dem ewigen Gefängnis? sprach er und rührte seine würdigen Haare. Wer führt euch her, und was war eure Leuchte, da ihr aus jener tiefe Nacht entkommen, die ewig schwarz erfüllt das Tal der Hölle? Ist das Gesetz des Abgrunds so gebrochen oder im Himmel neuer Plan erfunden, dass ihr, Verdammte, kommt zu meinen Grotten? Da hat mein Führer gleich mich angehalten, mit Wort und mit Gebärden mir bedeutend, ich sollte Knie und Stirn in Ehrfurcht beugen. Drauf er, ich komme nicht aus eigenem Willen. Vom Himmel kam die Frau, durch deren Bitte nicht diesen hier in mein Geleit genommen. Doch da dein Wunsch ist, mehr noch zu erfahren von unserem Stand und unserem wahren Sinne, kann ich mich deinem Wunsch nicht verschließen. Dieser sah niemals seine letzte Stunde, doch brachte ihn sein Wahnsinn ihr so nahe, dass nur noch eine kleine Spanne fehlte. Wie du schon weißt, ich war zu ihm gesendet, um ihn zu retten. Keine anderen Wege gab es für ihn als den, den ich beschritte. Gezeigt habe ich ihm die verdammten Menschen. Und jetzt will ich ihm jene Geister zeigen, die unter deiner Obhut hier sich läutern. Wie ich ihn führte, wäre lang zu sagen. Von oben eine Kraft kommt mir zu Hilfe, dass ich ihn vor dich führe, dich zu hören. Nun möge dir sein Kommen wohlgefallen. Die Freiheit will er suchen, die so teuer, wie der wohl weiß, der ihr sein Leben opfert. Du weißt es, denn für sie war dir nicht bitter in Utica der Tod, wo du gelassen das Kleid, das einst am jüngsten Tag erstrahlert. Ihr brachen nicht die ewigen Gesetze, denn dieser lebt, und mich ließ Minos ziehen. Ich bin vom Kreise, wo die keuschen Augen der Marzia sind, die immer noch dich bittet, o heiliges Herz, du sollst für dein sie halten. Um ihrer Liebe willen, sei uns milde. Lass uns durch deine sieben Reiche ziehen, denn Dank will ich von dir ihr überbringen, wenn wir dort unten von dir reden dürfen. Marzia hat meinen Augen so gefallen, sprach er, der einst, als ich noch drüben weilte, dass ich ihr alle Wünsche gerne erfüllte. Nun, da sie hinterm bösen Strom erwohnt, rührt sie mich nicht mehr. Des Gesetzes wegen das kam, als ich herausgelassen wurde. Wenn aber eine Himmelsfrau dich sendet, wie du gesagt, so brauchst du gar kein Schmeicheln. Du musst mich nur in ihrem Namen bitten. Drum geh und sorge diesen hier zu Gürten mit glattem Schilf und sein Gesicht zu waschen, dass jede Spur von Schmutz daraus verschwinde. Denn ungebührlich wäre hinzutreten mit den vom Dunste noch getrübten Augen zum ersten Diener aus dem Paradiese. Es ist die kleine Insel, rings am Rande dort unten, wo die Wellen an sich schlagen, mit Schilf bewachsen, auf dem weichen Grunde. Ein anderes Gewächs, dem Blätter sprießen und feste Zweige, kann dort nicht gedeihen, weil es dem Schlag der Wellen sich nicht füget. Hernach sollt ihr hierher nicht wiederkehren. Die Sonne, die soeben aufgegangen, wird euch zum Berg den besseren Aufstieg zeigen. Dann war er weg. Ich hatte mich erhoben und ohne Worte ganz mich hingewendet zu meinem Führer, mit den Augen forschend. Er aber sprach, Mein Sohn, folg meinen Schritten. Gehen wir zurück, denn hier scheint sich zu senken der Plan hinab zu seinem Unternrande. Der Tag besiegte jetzt die Morgenstunde, die vor ihm floh, sodass ich in der Ferne der Meereswellen glitzern schon erkannte. Wir schritten hin auf dem verlassenen Plane wie jemand, der zum Wege wiederkehret, und so lang dünkte sie ihm umsonst zu gehen. Dort, an der Stelle, wo der Tau des Morgens noch mit der Sonne streitet und im Hauche des Morgenwindes langsam nur entschwindet, hat freundlich, zu dem Grase niedergreifend, mein Meister beide Hände ausgebreitet. Und ich, der seine Absicht wohl erkannte, hielt ihm entgegen die verweinten Wangen. Dort hat er endlich ganz mir reingewaschen, die wahre Farbe, die die Hölle trübte. Wir kamen dann zu dem verlassenen Strande, der niemals fahren sah auf seinen Wassern Menschen, die später einmal wiederkehrten. Dort gürtete er mich, wie der Herr es wollte. O Wunder, denn sobald er ausgerissen die Demutspflanze, sah man neu sie wachsen im Augenblick und an der gleichen Stelle.